Wir sind heute bei EMC 10 dabei. Jetzt kämpft Muslim, Lombard hat gerade gekämpft, hat gewonnen. Ich nehme euch heute so ein bisschen mitguckt, wie das Ganze hier drumherum ist. Ja, komm. Ich meine, wenn du jemanden erfahrenen in der Ecke hast, das gibt dir auch so ein bisschen sicherheitsgefühl. Ich weiß, ich weiß, dass du mit einem selbst selbst bist, ich kann es nicht gerne. Das ist für dich, das ist für dich. Es ist für dich, der ist stark, dass du für dich zu Hause bist. An meine Seite gehst, hier auf die Seite gehst du und auf den Weg kommst du. Du hast eine Zeit, dann sage ich dir Zeit. 2 Minuten ist es, Saki. Es ist alles gut, wie das ist. Woah, 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 go, go, go! Geil weg, geil weg, geil weg! Schön, was du? Wir haben es passiert, wenn man zuhört. Das ist der Mann, der hat es gesagt. Ja. Ich werde das, ich kann, ich bin bereit. Aber ich würde es sagen. Wir sind dann wieder in der Hand. Wir warten, wir warten! Das ist der Fall! Ich bin immer wieder mit mir. Für mich ist es dein Bestes. Ich will immer mit euch trainieren. Für mich bin ich hier, um zusammen trainieren zu können. Aber, danke. Abouz, vielen Dank! Die Elite-NMA-Championship präsentiert... ... das Hauptevent der Nacht! Hey, Leute! Ui, Ui, was ist das? Kerem, immer wieder nach vorne, weil er schreit. Genau so, genau so! 1, 2! Lass immer deine Hände oben. Wer macht das nicht mehr ran? Wer macht das nicht mehr ran? Wer macht das nicht mehr ran? Gib doch doch mal einen Jeep, Alter! Du hast Jeep! Bruder, wenn nichts mehr geht, wenn du kaputt bist, Jeep, wenn der kommt, Jeep! 1, 2 Mal, wenn du den gibst, Bruder, der kommt nicht mehr. Andere Seite! Andere Seite! Leber, Leber, Leber! Nimm die Rechte höher! Leber war gut, Bruder! Leber war gut! Leber war gut, ne? Es gut gekäut, Leber! War gut! Abouz! Rolle, ich hab dich gehört, Junge! Hast du gut gemacht! Wir haben alle gehört! Der ganze Halle hat gehört! DMC-Middleweight-Champion! Heddy! Engelsen! Jaaaay! Wie wäre denn da gebraucht, Bruder? Ja! Nachdem man Smiley-Docs unterschrieben hat! Jaaa! Geil! Ich dachte, ich schockte! Guck die ganze Zeit schon! Jaaa! Guck! Guck! Die ganze Zeit schon! Jaaa! Sparing heute wird aufgesprich 50 Jahre älter geworden! Da hat er zwei Ritten von mir gefickt! Wenn du es verpasst, hättest du eben auch mit Abouz ringen können! Alles gut! Ich glaub total an Abouz, muss ich ganz ehrlich sagen! Dankeschön! Und ich seh da einfach ganz große Zukunft drin! Gemeinsam mit Abouz und Smiley-Docs zusammen! So, das war's! Für heute ist Schluss! War langer Abend, viel los gewesen, Stimme weg, alles weg! Mit dem Code Abouz habt ihr maximalen Rabatt bei Smiley-Docs! Jaaa! Jaaa!